Ja, damit begrüße ich euch jetzt zu einem kleinen Info-Video und zwar die Gamescom-Rex, der immer näher, noch weniger als zwei Monate und da wollte ich euch mal kurz hier unser, ja, wie soll man sagen, unser T-Shirts vorstellen, denn dieses Jahr bieten wir für euch T-Shirts an und wenn ihr natürlich möchtet oder wenn wir euch auf der Gamescom erkennen sollen, dann ist es für euch natürlich hilfreich ein T-Shirt anzuhaben, wenn wir euch sofort erkennen und ich kann ja auch nachher noch oder danach noch zeigen, wie wir angezogen sind, damit ihr uns erkennt und dann würde ich mal sagen, ich habe jetzt hier einfach mal vier Varianten gemacht, das eine wäre das hier, ganz schlicht vorne mit unserem, ja, mit unserem Logo und hier habe ich jetzt einfach mal einen Beispielnamen reingemacht, da könnt ihr auch jeden anderen Namen reinmachen, ihr könnt hier auch irgendeine andere Schrift machen, bloß was ich vielleicht lassen würde, ist die Farbe, denn das ist hier genau diese Farbe, die auch hier in dem J mit inbegriffen ist, deshalb wäre das vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande, da könnt ihr dann mal hier linksbündig oder was weiß ich, was hier in der Mitte, was ihr halt machen wollt, ihr könnt auch die Größe umändern, und ihr könnt, also das ist jetzt ein T-Shirt, da ist auf der Rückseite gar nichts, jetzt hier gibt es jede Menge Größen, und wie gesagt, ihr könnt ihr auch jede Farbe nehmen, die ihr möchtet, ich habe es jetzt einfach mal als Beispiel in weiß gemacht, ich habe jetzt gerade mal meinen Channel angegangen, das ist jetzt, ja, ähm, könnt ihr genauso hier so schwarz sein, sieht auch gut aus, und dazu die, das weiterge, oder das verbesserte T-Shirt sich so, das ist von mir natürlich gleich nur hinten, habe ich hier die Gamescom-Schrift eingefügt, falls ihr das haben möchtet, finde ich natürlich sehr geil, und kann man eigentlich nichts dazu sagen, also es sieht echt hammergeil aus, ich habe hier auch einfach mal irgendeine Schriftart genommen, die mir jetzt halt mal so eingefallen ist, ihr könnt ja die Größe noch umändern, wenn ihr das größer haben wollt, so zum Beispiel, ich zum Beispiel jetzt zu groß, ja, okay, das ist bloß ein Beispiel, ähm, ihr werdet die Links zu den, ähm, zu den T-Shirts auch unten in der Videobeschreibung haben, und, äh, ja, oh man, die soll nicht so oft in meinen Channel reingehen, ähm, deshalb, ja, okay, gut, das wäre jetzt die Variante mit weiß, was ich mal gemacht habe, dann habe ich hier noch eine Variante in grün, denn wir werden höchstwahrscheinlich unsere T-Shirts, oder höchstwahrscheinlich werden unsere T-Shirts grün sein auf der Gamescom, hier würde die Variante mit hinten nichts drauf und vorne und zum Logo und eurem Namen, wenn ihr das haben möchtet, ihr könnt natürlich auch euren YouTube-Namen draufschreiben, ähm, wir werden mit unserem YouTube-Namen drauf, äh, erscheinen, also nicht mit unserem echten Namen. Und oben drüber wird, das kann ich ja dann eigentlich gleich noch zeigen, und dazu auch wieder die andere Variante, hier mit, und ich gehe mal weg, hier am Rücken mit der Gamescom, ah, mit der Gamescom-Schrift, finde ich jetzt nicht so pralle, dass es bei grün nicht so gut rauskommt, und, naja, wenn ihr da was umändern wollt, kein Problem, aber man, man sieht es auf jeden Fall, und genauso hier gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten, was ihr haben möchtet, das passt jetzt wahrscheinlich eher nicht so, aber rot oder grau oder braun, was ihr haben möchtet, gibt es hier, wenn ich hier nochmal, wenn ich durchs Witz im Vordergrund, da finde ich auch grau passt am besten, und genau deshalb haben wir und Janis uns entschieden, also Janis möchte gern dieses, dieses hier haben, so wird unser, ähm, so wird unser T-Shirt aussehen, hier unten steht dann zum Beispiel dann noch M.O.D., zum Beispiel, und hier oben drüber haben wir noch halt unseren Namen gepackt, und Janis möchte, hat es unbedingt so möchten, ich finde es grausam, wirklich, wie ich es finde, sieht schrecklich aus, äh, gut, wenn ihr es so haben möchtet, ich kann ja den Link auch mal unten in die Beschreibung tun, und, wenn man das zum Beispiel gelb nimmt, ja, okay, Augenkrebs, ähm, was ich eigentlich persönlich gut finde, ist, äh, erstens mal das Rode, dann wird aber, die Schrift wird hier noch orange, hier, so, orange, das sieht dann besser aus, und hier sieht man dann auch ganz, äh, hier sieht man dann noch richtig gut, dann die Gamescom-Schrift, und, als wir haben versucht, hier mit Kubo Black, erhaltet ihr jetzt eine sehr gute, äh, Gamescom-Schrift, die sich aus der Wirklichkeit etwas so ist, und was ich auch noch sehr geil finde, ist das T-Shirt in grau, also, da da, da fehlt jetzt nur noch den Namen unten drunter, aber auch hier mit, äh, auf der Rückseite mit Gamescom, ja, hier ist, wie gesagt, hier viel der Name, ähm, finde ich auch recht geil, oder genau die Variante in braun, hat mir jetzt auch sehr gefallen, wenn man jetzt hier einfach mal nur mit Textfeld einfügt, dann machen wir hier noch einen Namen hin, so, das möchte ich gern, äh, horizontal-mittig platzieren, äh, kann ich ja fett machen, und in der Schrift, Cooper Black, also, wir machen unsere T-Shirts, also, ich mach meine T-Shirts, allgemein sehr gerne in Cooper Black, denn es ist einfach, eine richtig geile Schrift, finde ich, und, ja, so, so würde das dann zum Beispiel mit Braun aussehen, muss ich mir überlegen, weil Braun sieht eigentlich auch recht geil aus, vielleicht kaufe ich mir auch zwei oder drei T-Shirts, denn, wir sind ja alle, äh, fünf Tage oben, und an alle, die Sie es jetzt sehen, äh, heute ist der Versand noch kostenlos, die haben heute irgend so eine, äh, Aktion, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, T-Shirt Day oder sowas, hier, T-Shirt Day, ähm, ja, finde ich euch geil, Versandkosten, versandtisch kostenlos, falls ihr wissen wollt, welche Größe ihr habt, hier könnt ihr hier unten gerne nachschauen, und würde ich einfach sagen, was ist hier mal für, dieses Video, wir würden uns natürlich freuen, äh, wenn ein paar, wenn wir ein paar, ähm, Abonnenten bei uns, auf der Gamescom treffen, würde ich uns echt sehr freuen, wir würden natürlich auch jede Menge Unterschriften geben, falls ihr das haben möchtet, oder falls ihr uns findet, bis in alle vier Tage oben werden, alle vier Tage auf der Messe, und, ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich glaube, alle, ich packe alle Links von den T-Shirts unten in die Beschreibung rein, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video, und bis dahin, tschüss! 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 Vielen Dank.